Die Hände schmelzen, die Augen der Erde groß, die Acker noch so ein und dann geht es los. So sind wir, das ist unser Leben, wir wollen uns auf den Weg zu gehen. Wir sind Ruhe, wir werden uns ewig jagen, gegen seine J und die Sturze schlagen. Nehmen wir Kategorität, so sind wir. Deutschland nicht, Deutschland nicht, Deutschland nicht. Warum sind Sie Deutschland gekommen? Ich bin hier geboren, ich kann nichts machen. Ja, warum sind Sie Deutschland gekommen? Wenn ich alt genug bin, werde ich rausziehen, in meinen eigenen Heimatland. Warum, 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 warum sind Ihre Eltern hier gekommen? So noch ein Wort zu den Ungläubigen, da wurden ja gerade von innigen Spinnern unterbrochen. Sie nennen uns die Ungläubigen, aber wir glauben an uns, wir glauben an unsere Familie und wir glauben an unser Land und deswegen singen wir nicht die Ungläubigen. So, und auf unseren Konzerten machen wir normalerweise mal ein kleines Spiel. Wir teilen mal den Mob in zwei Hälften. Das ist einmal die rechte Seite und ihr seid das andere rechts. Wir fangen mal mit der rechten Seite an. Also ihr jetzt mal, aber ihr jetzt. Warst du schon und einmal seid mal dabei? Ja, schon nicht schlecht. Aber ihr habt mitgesangt. Linke Seite, äh, andere sechs. Warst du schon und einmal seid mal dabei? 1-0. Ja, ihr kriegt gleich noch eine Chance. Zweiter Versuch. Warst du schon und einmal seid mal dabei? Ja! Woher haben wir wollen? Ja, ich weiß nicht. Warst du schon und einmal seid mal dabei? Ja! Und das, das ist euch gefallen, duft da. So sind Sie ja, und das ist unser Leben. Wir werden uns verhalten werden. 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 Musik 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 Musik